Hi liebe Leute, ich bin auf jeden Fall froh darüber, dass meine Long-Covid-Symptome immer weniger werden. Heute bin ich einen Berg hochgegangen. Der war wirklich steil und ich hatte keine Schmerzen im Brustbereich oder kein Unwohlsein oder keine Erschöpfung. Und da merke ich einfach, dass ich so immer gesünder werde. Der Genesungsprozess in den vergangenen neun Monaten war auf jeden Fall eher ein Schneckentempo. Die Verbesserungen haben sich immer so langsam eingestellt, also nicht plötzlich. Manchmal war auch ein paar Wochen gar nichts passiert und dann hat man wieder so einen gesundheitlichen Fortschritt. Das ist auf jeden Fall toll. Ja, ich kann jetzt zum Beispiel mittlerweile ja auch schwere Einkaufstüten die Treppen besser hochtragen. Also habe danach auch nicht irgendeine Erschöpfung oder Schmerzen oder Unwohlsein. Ja, und da merke ich schon, dass das immer besser wird. Und ich kann jetzt auch ohne Probleme eine halbe Stunde oder eine Stunde draußen gehen, ohne negative Symptome zu haben durch Long-Covid. Und das sind so die Fortschritte, die ich in den letzten Wochen und Monaten immer mehr bemerke. Das einzige Symptom, was ich von Long-Covid heute bemerkt habe, draußen ist es sehr, sehr warm. Also knapp 30 Grad und ich habe darauf körperlich empfindlich reagiert. Ja, in mir war es wieder etwas wärmer geworden. Ja, das ist so ein Überbleibsel, also diese Hitzewallung. Ja, ist auf jeden Fall schon mal weniger geworden als vor ein paar Monaten noch. Und ich hoffe, dass dieses Symptom auch noch ins Gras beißt und ich vollkommen genese. Ich habe echt große Hoffnung, ja, dass diese Höllenreise mit Long-Covid ja jetzt dem Ende zugeht. Drückt mir bitte die Daumen und ich wünsche euch alles Liebe. Und verliert nicht die Hoffnung, wenn ihr immer noch, ja, ja, Symptome habt. Und glaubt daran, dass ihr gesund werdet. Ciao, ciao.